Als ich das erste Mal ins Helvetia Artfeuer kam, fiel mir direkt die Großzügigkeit des Raumes auf und die großen Fenster, der ganze Lichteinfluss. Ich wollte dann direkt mit einer größeren Wandinstallation einer Tapete auf diese Größe eingehen, sowie auch auf den Garten im Innenhof des Helvetia Artfeuers, der wunderschön ist. Die Tapete erschuf ich aus Videostandbildern meines Videos Guardians, welches auch in der Ausstellung vorkommt. Es handelt sich hierbei um eine fließende Art des Videoschnittes, aus welchem das eine Bild das nächste generiert, was einen malerischen Ansatz hat. Daher wollte ich auch so große wie so impressionistisch ähnlich angelegte Tapeten machen auf der Wand. In der Ausstellung sieht man verschiedene Arbeiten in verschiedenen Medien, sowie die Tapetenbilder, Videos, Wendepaillettenbilder und Mosaikbilder. Die Wendepaillettenbilder lassen sich, wie es der Name schon besagt, wenden und sind mit der Hand eigentlich ganz einfach zu verändern. Es gibt nie zweimal das gleiche Bild. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Bilder dazwischen.